Hi und willkommen zum neuen Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns einfach mal an, wie können wir hier so eine Konstruktion vom Dachstuhl erstellen. Und das Ganze ist dann natürlich wieder mit Parametern gemacht. Das heißt, wir können angehen und sagen, wie viele Dachstützen wollen wir haben, können diese dann hier frei verändern. Oder wie breit sollte mein ganzer Schuppen werden und können das hier verändern. Und das passt sich alles vollautomatisch an. Und wenn du rausfinden willst, wie das funktioniert, ja, dann bleib dran. Ich wünsche dir so viel Spaß beim Video und dann starten wir doch gleich mal durch. So, dann springen wir gleich mal ins Dokument rein und fangen an, das Ganze zu bearbeiten. Da gehen wir erstmal auf die Dokumenteneinstellungen hier und wählen hier unsere Einheit aus. Wir wollen heute mal im Metabereich arbeiten. Sagen wir OK. Oder wir könnten auch sagen, wir arbeiten im Zentimeter. Ne, machen wir im Metabereich. Und dann wollen wir als nächstes anfangen, ja, unsere ersten Parameter einzugeben und das gehen wir über Ändern und FX-Parameter. Gehen wir erstmal hier Plus auf Parameter und dann sagen wir hier erstmal, ja, wie wollen wir das nennen? Das ist sozusagen die Balkengröße, die wir brauchen, vom Boden bis zur Decke. Also machen wir erstmal, also unsere Höhe. So, die Höhe, die soll jetzt von mir aus 2,5 Meter sein. Sag ich OK. Dann haben wir ja die Balken, die wir dafür verwenden und das ist dann eine Balken. Wir nennen die jetzt mal Grundbalken. Und die sollen einfach 80 auf 80 Millimeter sein, das heißt 0,08 Meter. Und die sind quadratisch und demnach passt das auch. Also, das müssen wir kurz überlegen. 8 Zentimeter, 0,08 Meter. Okay, nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Ärger reinkriegen. Okay, das heißt, das ist das Erste und dann brauchen wir nochmal die Länge vom ganzen System. Und das ist dann die Länge. Die Länge soll, wie lange soll das sein, nochmal 6 Meter. Dann machen wir nochmal das Ganze breit, also machen wir hier nochmal hier plus Breite. Und das machen wir dann vielleicht 3 Meter. Gut, das sind jetzt hier unsere ersten Ansätze. Dann wollen wir hier noch was machen, das nennt sich Anzahl. Anzahl auf Länge machen wir das jetzt hier. Das ist halt sozusagen, wie viele Balken wir auf Anzahl auf D-Länge haben wollen. Da gehen wir von hin und sagen, keine Einheit. Und das sagen wir mal vielleicht 3 Stück und sagen, okay. So, jetzt fangen wir erstmal an mit den Parametern, die wir jetzt hier gerade eingezipselt haben, mal zu arbeiten. Und sagen, okay. So, das heißt, als erstes erstellen wir einfach eine Skizze. Hier ist es mir wichtig, dass diese Skizze im Ursprung ist. Und das ziehe ich jetzt einfach mal hier so auf. Und das soll von mir aus 0,8 Meter, ah, nicht 0,8 Meter, sondern, ja nicht, soll das hier die Breite, Balkenbreite sein, glaube ich. Grundbalken haben wir es genannt. Und das andere soll auch Grundbalken sein. Und sagen, okay, sagen wir, hier erstmal Skizze fertigstellen. Drücken wir einmal I für die Extrusion und das ist dann unsere Höhe. Jetzt sind wir mal ein bisschen raus aus dem ganzen Spaß. Das ist dann hier sozusagen unser erster Balken. Da er aus Holz ist, machen wir das Ganze auch mal mit Holzoptik. Also, gehen wir hier rein, sagen wir Holz. Von mir aus soll das Kiefer sein. Und dann kriegt er hier seinen Look. Perfekt. Jetzt gefällt mir das noch nicht ganz, wie das ist. Drücken wir auf den Rechtsklick bearbeiten. Und ziehe den Maßstab ein bisschen größer, kleiner. So hier, und sage ich fertig. Und sagen wir schließen. Dann geben wir hier noch, sagen wir, eine rechteckige Anordnung. Das soll jetzt in dem Fall von dem Körper aus sein. Das ist dieser hier. Und das hat eine Richtung haben. Und das ist von mir aus diese Richtung hier. Und die Länge, also der Abstand von der ganzen Sache ist, soll ja die Anzahl oder die Länge des Schuppens sein. Also machen wir das hier Länge. Und die Menge soll ja die Anzahl auf Länge sein. Also drei Stück, wie wir es jetzt hier sehen. Und wir sagen, okay. Jetzt gehen wir hin und nehmen hier auch eine rechteckige Anordnung. In dem Fall ist es vom Element. Element der rechteckigen Anordnung davor. Kann ich das nicht auswählen? Das ist auch ein Elementtyp. Okay. Dann gehen wir hin und wählen sozusagen das Element, sondern den Körper hier wieder aus. Das Wichtige ist, dass wir mal vom förderen Körper wegarbeiten. In diesem Fall ist es jetzt dann hier rüber. Und die Größe ist jetzt hier sozusagen die Breite. Und hier wollen wir dann nur zwei haben. Sagen wir, okay. Und jetzt ist es ja, jetzt müssen wir leider nochmal hier vorne extra eine Anordnung machen. Wieder von dem Körper. Auswahl der Richtung ist diese Richtung. Und das ist dann auch wieder die Länge von dem Ganzen. Und hier soll auch wieder die Anzahl hin. Und wir sagen, okay. So, warum wir das jetzt so umständlich gemacht haben. Das liegt jetzt daran, dass wir jetzt hier reingehen können über Ändern und sagen wir Parameter ändern. Und wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, ich ziehe das mal hier rüber. Anzahl auf Länge. Zum Beispiel 4 eingeben. Bestätigen wir das mit Enter. Zieht sich das automatisch nach alles. Machen wir 3 wieder. Oder wenn wir die Breite jetzt ändern, sagen wir mal auf 4 Meter. Dann gehen die weiter auseinander und es passt einfach noch alles. Ohne, dass wir uns sehr großen Ärger einhandeln. So. Sagen wir es mal wieder okay. Und machen als nächstes weiter. So, und jetzt bräuchten wir ja sozusagen den Balken, der einmal hier rüber spannt. Jetzt lasst uns das mal wieder von vorne anschauen. Jetzt habe ich das alles ein bisschen verdreht. Einmal auf meine Home Position. So hier. Und das heißt, der Balken, der soll ja von hier bis hier hingehen. Und den müssen wir jetzt auch nochmal definieren, ob der ein bisschen höher vielleicht sein soll. Dafür gehen wir noch auf Ändern und sagen wir mal wieder Parameter. Und das ist dann unser Balken, der aufliegt. Ja, ich weiß nicht, wie man das fachmännisch nennt. Ich nenne das jetzt mal aufliegender Balken. Und der soll dann vielleicht noch eine Dicke haben von, lass das mal 0,12 sein oder so. Jetzt, was hat er gemacht? Aufliegender Balken an 0,12. Sagen wir okay. So, Fusion, was los? Perfekt. Dann gehen wir hin und sagen, das gibt es ja erstellen. Die Skizze soll wieder hier vorne drauf erstellt werden. Wir ziehen das einmal so hin, dass wir von vorne drauf schauen. Zoomen wir mal ein bisschen rein, wo wir das alles erstellen wollen. Da drücken wir dann einmal R für Rechteck. Schnappen uns über P-Projektion die vorderen Balken mit rein. Ich wundere, dass ich das rein projizieren muss, aber ist in Ordnung. Wir können auch hingehen und sagen, dass wir es ohne Projektion machen. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach unser Rechteck hin. Okay, das soll ja einmal die aufliegende Balken sein. Und das andere ist ja unser Grundbalken. Oder hast du gesagt? Doch, Grundbalken. Und das hier soll dann natürlich wieder auf der Höhe von unserer Höhe haben, dass das ordentlich aufliegt. Und was jetzt noch wichtig ist, dass wir jetzt zum Beispiel L eine Linie nehmen. Die läuft jetzt einfach senkrecht nach oben. Die markieren wir mit X, dass es eine Konstruktionslinie ist. Und gehen hin und verschieben den Punkt hier drauf. Und dann ist es danach auch ausgerichtet. Dann sagen wir, es gibt die Fertigstellen. Drücken wir einmal E für die Extrusion von den Balken hier. Und ziehen den einmal hier lang. So, jetzt wollen wir das natürlich auch wieder auf die Länge haben vom Ganzen in der Schuppen. Und dann sehen wir auch schon unseren ersten Fehler, den wir gemacht haben. Und das ist... Der erste Fehler ist, dass er sich das Ganze verbinden soll. Das soll er erstmal nicht machen. Das soll ein neuer Körper sein. Und der andere Fehler, den wir gemacht haben vorhin in der Anordnung ist, dass er bei der Grundlänge sozusagen das Ganze mitberechnet hat. Zugang in die Balkenlänge. Das heißt, hier in der Balkenbreite müssen wir noch abziehen. Das heißt, minus Grundbalken. Und jetzt sehen wir, dass das stimmt. Und jetzt können wir nochmal hingehen und auf der Gegenseite das Gleiche tun. Das heißt, auch hier müssen wir den Grundbalken abziehen. So. Jetzt gehen wir auch einfach hier wieder hin mit einer Anordnung. In diesem Fall ist es wieder diese hier. Und den Körper dann auch wieder auf die Richtung. Und da wollen wir das Ganze wieder auf die Breite haben. Und dann auch hier nur zwei. Und sagen, okay. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, was wir hier machen. Was wir jetzt noch brauchen, ist sozusagen die Querbalken. Das heißt, die Querbalken sollen die gleichen Ausmaße haben wie dieser Balken. Und sonst noch etwas, was wir beachten wollen beim Querbalken. Eigentlich nicht, oder? Die Dicke nehmen wir wieder vom Grundbalken und dann passt das ja. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hin und legen als erstes wieder die Skizze an. Die Skizze soll wieder vorne liegen. Jetzt definieren wir erstmal, wo dieser Querbalken anfangen soll. So. Jetzt machen wir hier einmal R für Rechteck. Das können wir jetzt einfach irgendwo random reinschmeißen. Und sagen hier, das hier soll auf jeden Fall die Höhe haben von meinem, ja, Länge aufliegender Balken hier. Das ist mir wichtig. Und das hier soll meine Breite sein. Minus zweimal, ja, meine Grundbalken, dass es halt dazwischen passt. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal ausjustieren. Dann machen wir einmal das hier auf dem hier. Das ist sozusagen D für die Bemaßung und das soll meine Höhe sein. Und dann haben wir hier wieder das gleiche Phänomen wie vorhin. Nur das, ah, nicht ganz. Wir machen das ein bisschen anders diesmal. Ziehen das jetzt hier einmal runter. Bestätigen das. Und jetzt ist es ja auf der falschen Seite. Jetzt müssen wir es rüberkriegen. Das heißt, wir drücken einmal Doppelklick hier drauf. Okay. Das hätten wir davor machen müssen. Okay. Wir löschen das Maß nochmal. Wir machen einmal Doppelklick hier oben auf der Skizze. Ziehen das ganze Teil nach vorne. Dann drücken wir D für die Bemaßung und wir maßen die beiden Punkte zueinander. Und das hier soll natürlich auch wieder Grundbalken sein. So. Das heißt, hier oben haben wir einen Fehler, dass wir nur einmal Grundbalken abziehen dürfen. Oder wir das so bemaßen und sagen, das geht zur Fertigstellung. Perfekt. Jetzt drücken wir einmal E für die Extrusion. Er weiß schon, was wir machen wollen. Und das Ganze soll dann wieder die Grundbalkendicke haben. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass er es nicht verbindet. Sondern es soll ein neuer Körper sein. Und wir sagen, okay. Als nächstes brauchen wir den ja noch zweimal hier hinten. Das heißt, wir machen nichts anderes wieder als eine richtige Anordnung davon. Schnappen hier unsere Auswahl. Wählen den ganzen Spaß hier unten aus. Und sagen, er brauchen wir dreimal. Und das brauchen wir auf der, genau. Länge minus Grundbalken. Und sagen, okay. Ja, das sieht doch schon mal alles echt gut aus. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz hingehen. Dann gehen wir hier ein paar Schritte zurück. Erstmal dahin. Drücken auch hier nochmal ganz kurz A für die Erscheinung. Dann lassen wir das Ganze wieder entwickeln. Gehen wir bis hierhin zurück. Oh, interessant. Der hat sich übernommen. Das ist natürlich jetzt echt interessant. Ich hätte echt mal gedacht, die sind abhängig voneinander. Naja, anscheinend nicht. Dann machen wir es jetzt alle nochmal einzeln hier mit Kiefernholz. Und sagen wir, okay. Perfekt. Als nächstes wollen wir ja das obere Dach haben. Aber ich finde es echt, die Balken, die sehen ein bisschen dünn aus. Und das ändern wir jetzt einfach mal schnell auf der Parameter-Auswahl. Und da haben wir gesagt, Grundbalken hier. Und das könnte ich mir echt vorstellen, dass das irgendwie 0,12 auch ist. Und dann könnte der hier fast 0,2 sein. So, das haben wir okay. Und wir sehen, da passt alles selbstständig an. Das ist halt schon ziemlich cool, finde ich. Dass man das einfach so schnell ändern kann. Okay, jetzt brauchen wir sozusagen, ja, den mittleren Balken, der hier hochläuft. Und den oberen Querbalken, diesen tragenden Balken sozusagen gestützt. Das können wir jetzt wieder auf zwei verschiedene Arten machen. Wir werden das einfach wieder machen mit der Skizze von vorne. Das heißt, wir erstellen einfach ganz blöd unsere Skizze hier vorne irgendeinen Rechteckbalken hier. Und der soll dann eine gewisse Höhe haben. Das werden wir jetzt mal definieren. Und das ist dann hier unsere Dachhöhe. Die soll vielleicht nur 0,5 Meter sein. Und sagen wir erstmal okay. Dann bemaßen wir erstmal das Querteil hier. Das soll jetzt sein wie bei unseren Grundbalken. Dann können... Oh, oder wir machen das jetzt hier wie unser aufliegender Balken. Ein bisschen breiter. Das sieht, glaube ich, ordentlicher aus. Und das hier soll dann unsere Höhe sein. Warte, das ist die Dachhöhe sozusagen. Und dann müssen wir das Ganze noch bemaßen. Von hier nach da. Da ist es nämlich sozusagen einmal Breite halbe minus aufliegender Balken halbe. Sieht schon mal ganz gut aus. Dann brauchen wir noch einmal das hier. Das ist dann sozusagen die Höhe plus... Ah, nochmal. Müssen wir mal Enter drücken, dass das übernimmt. Plus ja den aufliegenden Balken. Perfekt. Dann sagen wir, es gibt die Fertigstellen. Und dann ist das Ganze erstellt. Dann drücken wir einmal E für die Extrusion. Und das soll dann einmal unsere Grundbalkenstärke haben. Und auch hier müssen wir wieder aufpassen, dass es nicht verbindet, sondern das als einzelnen Körper macht. Jetzt wollen wir das vielleicht zwei, dreimal haben in die Richtung. Dann ist es wieder einfach rechtwägige Anordnung hiervon. Und die Richtung ist auch wieder hier entlang. Die Anzahl ist dann gleich Anzahl auf Länge. Und das ist dann gleich die Länge minus Grundbalken. Und sagen, okay. Das heißt, das Ganze ist erstellt. Jetzt könnte man sagen, ah, das Dach ist aber echt schon niedrig. Ja, kein Problem. Wir können das einfach wieder super easy ändern, indem wir hier einfach gehen auf unsere Dachhöhe. Und sagen hier 0,8 Meter. Und sagen, okay. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Drücken einmal A wieder für die Erscheinung. Und das Ganze wieder eingefasst. So, jetzt brauchen wir eigentlich noch einmal den oben laufenden Querbalken. Und dann brauchen wir sozusagen diese Dachstützen, die hier entlang laufen. Okay, dann lasst uns doch erst mal mit diesen aufliegenden Querbalken machen. Und das heißt dann, wir gehen hier auf fx Parameter wieder und sagen hier mal, das ist dann der Oberbalken. Und das soll dann eine gewisse Stärke nach oben haben oder auch in die Breite dann. Das wollen wir vielleicht 0,2 haben. Und sagen, okay. Und gehen dann wieder hin und erstellen wieder eine Skizze hier vorne drauf. Und der soll dann hier oben liegen. Hier, das soll dann aufliegender Balken oder Oberbalken haben wir das genannt. Und das hier ist dann sozusagen unserer aufliegender Balken die Breite gewesen. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal hier soweit definieren. Der soll dann hier liegen, das ist einmal die Höhe, plus Grundbalken, plus Dachhöhe. Okay, fast. Irgendwas haben wir vergessen. Lass uns nochmal schnell nachschauen. Ah ja, okay. Dann muss der natürlich hier nochmal plus aufliegender Balken sein. Echt nicht? Ah ne, der Grundbalken, der muss raus. Jupp, manchmal funktioniert das nicht alles, was man will. So hier. Jetzt passt das auch. Und dann brauchen wir natürlich auch wieder hier die Bemaßung. Und das ist unsere Breite. Geteilt durch 2. Minus unsere. Äh, ist das Grundbalken? Ich glaube, das ist, äh, Minus. Aufliegender Balken geteilt durch 2. So. Dann passt das auch. Jetzt sehe ich aber auch gerade, dass es 0,2, 0,2 ist gleich. Das gefällt mir nicht. Also das hätte ich gerne, dass es ein bisschen mächtiger ist, obere Balken. Das heißt, da machen wir 0,3 hin und sagen okay. Und dann sagen wir auch hier wieder E für die Extrusion. Ist ja nichts anderes als, ah, jetzt muss ich kurz nachdenken, ne. Wieder unsere Länge. Genau, unsere Länge eigentlich, ne. Perfekt. Ähm, das soll jetzt wieder nicht verbinden, ne. Sondern wir wollen Körper erstellen. Und wir sagen okay. So haben wir einmal A wieder für die Erscheinung. Und wandeln das um und sagen schließen, ne. Und das heißt, jetzt sieht das eigentlich gar nicht mehr so übel aus. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hier die Verschrägung nach oben. Und das machen wir wie folgt. Wir erstellen hier vorne einfach wieder eine Skizze. Und da ist uns folgendes wichtig. Wir wollen einmal hier dieses Rechteck, welches wir hier haben, nachbilden. Das heißt, wir brauchen hier mal ein Rechteck. Ah, er darf sich fangen. Das ist das Wichtige, dass er es nicht fängt. Weil, sonst macht das später nur Ärger. Und das hier soll dann einmal hier unser aufliegender Balken sein von der Decke her. Und das hier soll der Oberbalken wieder sein. Das hier soll auch unser Grundbalken sein von der Decke her. Und das hier unser aufliegender Balken. Jetzt müssen wir die zwei Rechtecke nochmal aus. Ja, sozusagen. Wir maßen, dass das passt. Hier müssen wir den Trick wieder anwenden, den wir vorhin angewendet haben. Wir machen eine Linie gerade nach oben. Wählen das Ganze wieder mit X an. Und sorgen dafür, dass diese Linie und diese Linie zusammenpassen. Das ist einfach so über den Punkt. Jetzt vergeben wir den ganzen Spaß hier noch sozusagen die Höhe. Das heißt, wir wählen hier die untere Kante an. Über D, wieder über die Bemaßung natürlich. Haben wir hier unsere Höhe. Plus unser aufliegender Balken. Wir bestätigen das Ganze mit Enter. Dann ist das erledigt. Und hier machen wir das Gleiche noch einmal. Das heißt, wir wissen ja von vorhin. Von das gibt es ja vorhin ist es dasselbe. Hier brauchen wir einmal unsere Höhe. Plus die Dachhöhe. Und natürlich brauchen wir dafür noch einmal plus unseren aufliegenden Balken oben. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal wieder auf die Breite bemaßen. Da haben wir gelernt, das ist unsere Breite. Geteilt durch 2. Minus. Und aufliegender Balken. Geteilt durch 2. Jetzt haben wir ja hier unsere Eckparameter festgelegt. Ich sehe gerade nur, dass dieser nicht passte. Weil der soll ja nicht da drauf liegen. Der soll hier liegen. Einfach auf die Höhe. Und jetzt wollen wir ja sozusagen, dass die hier auch sozusagen einrasten von der Verzahnung her. Das heißt, wir nehmen jetzt den Punkt hier und verbinden den mit dem Punkt. Das heißt, das ist schon mal vordefiniert, wie das sein soll. Jetzt würde ich gerne haben, von der Mitte aus, wollen wir hier die Höhe von zum Beispiel von unserem Grundbalken haben nochmal extra. Und der soll jetzt eigentlich hier entlang rennen. Das Wichtige hierbei ist, jetzt wird es ein bisschen tricky, weil es wird nicht mehr so viel mit Maßen gehen. Die beiden sollen parallel sein. Und wir wollen hiervon senkrecht nach draußen, bis der wieder den schneidet. Ne, eigentlich wollen wir das nicht. Wir wollen eigentlich, dass der hier einfach weiter rennt parallel. Und dann soll das Ganze hier geschnitten werden. Und jetzt brauchen wir nämlich ein neues Maß, was wir hier haben. Und das ist dieses Maß hier. Das ist sozusagen der Überhang vom Dach. Und das heißt, wir gehen auch hier ändern, fx-Parameter wieder und sagen plus. Und sagen, das hier ist der Überhang. Und den hätte ich jetzt vielleicht 0,8 Meter gerne. Sagen wir OK. Einmal Doppelklick hier und nennen das Ganze Überhang. Hat das nicht gespeichert? Doch, Überhang. Gut, das heißt, wir können eigentlich, muss der hier noch Element hiervon sein, der Punkt, und der Punkt muss auch noch Element davon sein. Dann passt das eigentlich alles. So, wenn das alles soweit ist, sagen wir hier wieder Skizze Fertigstellen. Drücken wir einmal E für die Extrusion und extrudieren jetzt sozusagen das Teil. Minus Grundbalken. Und sagen auch hier müssen wir wieder aufpassen, dass das ein neuer Körper ist. Und sagen OK. Jetzt gehen wir hin und machen auch hier unsere Anordnung wieder, wie wir es bereits kannten. Und das heißt, der Teil soll wieder angeordnet werden in diese Richtung mit Abstand. Das ist natürlich unsere Länge. Minus natürlich Grundbalken in diesem Fall. Und wir sagen jetzt erst mal 3 da drin. Und das ist nämlich, jetzt müssen wir nochmal hier hingehen und neuen Parameter anlegen. Und dieser Parameter, der beschreibt sozusagen Anzahl Querbalken oder Anzahl Dachstützen. Und da es hier eine Anzahl ist, brauchen wir hier auch wieder keine Einheit. Und gehen dann hier zum Beispiel 6 Stück hin und sagen OK. Dann gehen wir in unsere letzte Anordnung und sagen, hiervon hätten wir gerne 6. Also, nein, wir wollen natürlich die Anzahl selber haben. Dachstützen. Enter. So. Jetzt wollen wir das Ganze auf die andere Seite bringen. Wie machen wir das, ohne das Ganze nochmal so zu machen? Richtig, wenn man spätzt. Spiegelung, Spiegelung von Element. Ich hoffe, dass das funktioniert. Von der Extrusion plus dem Element Anordnung. Okay, geht nicht. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Spiegelung von dem Element selber. Das Element selber soll ja an sich selber oben gespiegelt werden. Und wir sagen OK. Und dann machen wir halt dasselbe nochmal. Wieder eine richtige Anordnung hiervon. Und das soll natürlich wieder einfach auf diese Richtung laufen hier unten. Das soll dann hier die Länge haben. Minus die Grundbalkenbreite. Und dann wollen wir hier natürlich noch die Anzahl verändern. Und das ist hier die Anzahl Dachstützen. Und wir bestätigen das Ganze mit OK. Und jetzt sehen wir, haben wir hier eigentlich relativ zügig und einfach so einen kleinen Schuppen geplant. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen. Ein bisschen was über das ganze Sonderfunktionen, FX-Parameter und ähnliches. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal hingehen würden und sagen, der ganze Schuppen soll anders aussehen oder kürzer sein. Das heißt, wir gehen in unsere Parameterliste rein und sagen, ich ziehe das ein bisschen weiter weg, dass wir gerade gleich live sehen können, was hier passiert. Zum Beispiel die Breite soll nur 2,5 Meter sein. Und dann zieht sich das alles sauber zusammen, wie es sein soll. Wir können das wieder alles auf 3 Meter aufbohren. Und ja, also ich finde das eine ganz schicke Lösung, gerade wenn man Sachen plant und ich weiß, wie die Maße perfekt sind am Ende des Tages. Und ich hoffe, ihr habt wieder etwas mitgenommen und ein bisschen Spaß gehabt. Machen wir ein bisschen länger das Video diesmal. Und ja, viel Spaß beim Konstruieren. Und wie immer, lasst ein Like, ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Jetzt können wir nochmal hier eine Skizze erstellen. Jetzt seht ihr auch, ich struggle gerade ein bisschen. Gehen wir auf Erstellen, Projizieren, 3D-Geometrie einbeziehen. Geben wir einfach nur diese Kante hier. Skizze Fertigstellen, Körper ausblenden. Und gehen jetzt hin, erstelle mir eine Leitung hier drauf. Okay. Was auch immer jetzt der Unterschied weiß. Naja, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein schöner Umweg. Ich weiß jetzt nicht, warum das eine funktioniert und das andere nicht funktioniert. Aber ja, so könnt ihr das Ganze easy erstellen. Okay, das heißt, die Skizzen können wir ausblenden. Ja, es ist immer so schwer, mit jemandem zu reden. Okay, ihr habt verstanden, was ich gemacht habe. Also ich bin im Endeffekt hingegangen und habe gesagt, hey komm, ich erstelle mir erstmal eine 3D-Geometrie und projiziere die über, in der Funktion Skizzen kann ich unten projizieren. Und dann kann ich eine 3D-Geometrie einbeziehen machen. Dann projiziert er mir sozusagen die 3D-Geometrie. Und die habe ich dann wiederum verwendet, um diese Leitung zu erstellen. Ja, jetzt bin ich einfach nochmal unten hingegangen, habe das Ganze fünffach angeordnet. Das ist ja einfach nur, ach so ein bisschen schickimicki hier, einfach runde Anordnung. Das haben wir Sinnhaftigkeit, ist da nicht so wirklich gegeben. Von den beiden Körpern hier rum. Und dann 4, 5. Sagen wir okay. Und dann sehen wir, es sieht ja so richtig cool und crazy aus. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Übungsheft, dann schreibt sie unten rein, wo ich nochmal explizit darauf eingehen sollte. Und ja, wie immer viel Spaß beim Konstruieren und sehen uns. Ciao.